hallo leute und wie ihr sicher schon wisst ist heute Lachlan endlich in den Shop gekommen und ich habe mir natürlich straight away gekauft leute und es wird nicht so sein ich werde nicht alles kaufen dürfen wie ihr wisst jeder von uns bekommt Taschengeld ich bekomme vielleicht ein bisschen mehr als andere ich sag so wie es ist leute und deswegen kann ich mir auch so viele Skins kaufen und deswegen leute ist ein sehr sehr nicer Skin auf jeden fall und ich werde also die nächsten Maul Skins die reinkommen werde ich mir nicht gönnen ich habe mir was gerade schon gegönnt Daredevil und Black Panther wird wahrscheinlich noch reinkommen und Black Widow die werde ich mir dann nicht gönnen also nicht dass ihr euch wundert oder so aber warum hat sich der das nicht gekauft oder sonstiges bla bla also Lachlan Skin ist auf jeden fall ein sehr sehr cool und es ja wie ihr da seht auch beim zweiten Stil umso mehr Kills ihr macht umso mehr kommen eben Blitze aus dem raus und auf jeden Fall sehr sehr nice mit dem Backing auch den integrierten Mode PWR Punch das ist mir immer sehr geil und hier haben wir mal Blitze als Hacke also auf jeden Fall richtig heftig andere Sachen glaube ich brauchen nicht viel sagen Dino Kommandos sind wieder zurück und Mecha Anführer war schon hundertmal in Shop langweiliger Skin hier haben wir einmal Schädeline und so weiter und so fort mutige Haltung habe ich mir auch heute gegönnt da ist Mode und der riesige Marvel Shop kennen wir natürlich schon alle und ich würde sagen ich werde nachher noch ein Video hochladen wo ich als Lachlan wirklich spiele nur jetzt was mir wichtiger ist ist eben ich spiele jetzt neu habe ich mir runtergeladen Rock Company und da werden wir direkt ein Match drauf spielen ganz normal einfach und ja und nachher kommt noch ein Video also ein Bewertungsvideo von Lachlan Skin also ich werde noch ein Video machen wo ich dann wirklich mit Lachlan Skin in einem Match spiele und ja jetzt mal nicht jetzt spiele ich mal Rock Company also es ist ein sehr sehr nice Game ich habe es mir heruntergeladen und bin jetzt schon so gehypt drauf Leute was ein bisschen blöd findet man muss den Skin zuerst kaufen und dann noch mal ausrüsten also ich habe mir diesen neuen Skin um 500 gekauft 500 Münzen doch der war dann in meinem Shop und ich musste nochmal also hier habe ich heute den Shop da steht im Besitz genau Gold Fixer Gold Glanz Fixer und dann haben wir hier die Agenten und unter anderem die habe ich mir gekauft Scorch und Fixer und da steht Freischalten du musst ihn dir also nochmal Freischalten mit 700 Münzen und 20.000 Sternen also ist auf jeden Fall ja du musst ihn dir freischalten du musst ihn dir freischalten also du kannst ihn dir nicht einfach so ja kaufe ich und dann habe ich ihn direkt nein du musst 20.000 Sterne dazu haben ich glaube das heißt Stufe ne nicht Stufe ja und da musst du eben wie gesagt ähm nochmal ähm Münzen zahlen um diesen Skin wirklich freischalten zu können und die entsprechenden Sterne zu haben ich hoffe die die ich hoffe die da haben jetzt nicht ein Mikrofon eingeschalten sonst werde ich wahnsinnig Leute ich hasse Leute die mit Mikrofon spielen der eine hat anscheinend ein Mikrofon also geht das leider nicht so klar aber Raw Company ist wirklich ein geiles Spiel also es ist sehr sehr nice und ich habe es auch probiert wundert euch nicht wenn ich schlecht bin ich spiele erst seit heute ich habe es mir in der Nacht runtergeladen und in der Früh war es dann eben fertig also ich nehme Anvil der spricht mich persönlich an vielleicht ein bisschen dick gehalten aber ich finde seine Waffe gar nicht mal so schlecht jetzt müssen wir noch warten 10 Sekunden Leute und wie gesagt bei 8 Sekunden oder 8 Sekunden 8 Minuten oder 7 Minuten kann sich das Ganze jederzeit ausschalten also rastet nicht aus nein warum ja genau denke ich mir auch manchmal ich hoffe das wird nicht passieren und deswegen leute mache ich jetzt einfach noch ein Video tschüss wir sehen uns dann beim anderen dann 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 dann